Die 5 besten Apple AirPods Pro Produkte auf dem Markt Ich bin sehr zufrieden mit meinen neuen Bluetooth Kopfhörern. Die Funktionen sind unglaublich praktisch, besonders das Noise Cancelling, das den Klang so viel besser macht. Die Passform ist auch komfortabel und bleibt sicher in den Ohren, egal was ich mache. Der tiefe Bass ist perfekt für meine Musik und ich kann es kaum erwarten, sie für den nächsten Workout zu benutzen. Das USB-C Ladekabel und die IP7 Wasserdichtigkeit sind auch sehr praktisch für unterwegs. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ich bin sehr zufrieden mit der AirSony Hülle für meine AirPods Pro 2. Das weiche Silikonmaterial schützt meine Kopfhörer effektiv vor Stößen und Kratzern. Auch der Karabiner ist sehr praktisch, um die Hülle überall hin mitnehmen zu können. Besonders gut gefällt mir, dass die Front LED sichtbar ist, sodass ich den Ladestand meiner AirPods leicht im Blick behalten kann. Die Farbe Kieferngrün ist zudem sehr schön und verleiht meinen AirPods einen individuellen Look. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung. Ich habe mir diese kabellosen Bluetooth-Kopfhörer für meine täglichen Jogging-Routinen gekauft und bin sehr zufrieden mit der Qualität und Leistung des Produkts. Die Verbindung zu meinem Smartphone ist sehr einfach und die Klangqualität ist hervorragend. Das HD-Mikrofon ist auch sehr praktisch für Anrufe während des Trainings. Die LED-Anzeige auf der Unterseite der Ladestation ist sehr nützlich, um den Akkustand zu überprüfen. Das Design ist schlank und modern und die Tatsache, dass sie wasserdicht sind, macht sie perfekt für sportliche Aktivitäten. Ich würde dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einer hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer-Option sucht. Ich habe das Belkin Bose Charge Pro Drahtlose 3 in 1 Ladegerät mit MagSafe für mein iPhone 14, 13, 12 und meine Apple Watch und AirPods gekauft und bin absolut begeistert. Es ist unglaublich praktisch, dass ich alle meine Geräte auf einmal aufladen kann und dabei noch Platz spare. Besonders toll ist, dass es mein iPhone 14 magnetisch und mit bis zu 15 Watt aufladen kann, das geht schneller und einfacher als mit einem herkömmlichen Ladekabel. Das Design ist modern und hochwertig und es ist super einfach zu bedienen. Ich kann es jedem empfehlen, der mehrere Apple-Geräte besitzt. Ich habe mir die Apple MFI-zertifizierten AirPods Pro Wireless Earbuds geholt und bin rundum zufrieden. Die Touch-Control-Funktion ist unglaublich praktisch und die Geräuschunterdrückung hilft mir sehr dabei, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Das integrierte Mikrofon liefert eine sehr gute Klangqualität und ich kann problemlos lange Telefonate führen. Auch das Ladegehäuse ist super praktisch und liefert genug Energie für einen ganzen Tag. Ich kann die AirPods Pro definitiv weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.